Wie beurteilen Sie die Stellung der Frauen in der Schweiz zur heutigen Zeitbote? Also ich glaube, per se muss man mal sagen, dass Frauen in der Schweiz erst in 15 Jahren stehen und fallberechtigt sind. Und durch das ist in dieser Zeit sehr viel passiert. Aber natürlich ist man nicht Angst zu prüfen, mit dem Stand, wie sie jetzt ist. Es gibt sehr viele Projekte, die nicht bewusert werden dürfen, sei sie Lohnlichkeit, sei sie Absicherung für Frauen im Halten. Und ich glaube, die Frauen arbeiten, bekommen das super. Und wie genau muss man daran arbeiten? Sicher ist es hilfreich, wenn man staatliche Arbeit geht, gerade durch die Lohntransparenz und auch über die Woche durch die Lohnkontrolle, dass keine ungerechtfertigte Differenz, Erfüllungsschlechte weiterhin möglich sind. Und sonst ist das auch ein Punkt, wo Gesellschaft und z.B. auch Arbeitsnehmer und Geber muss wieder getrennt werden, was man auch dort tut, zu sich besterfassen. Wichtiger und Geber Vielen Dank.